Ich bin jetzt gerade hier an unserem Gaming Setup. Der wird aber nicht so bleiben, denn der kommt heute auf die andere Seite des Wohnzimmers. Also legen wir los! Wir haben jetzt hier soweit alles erstmal freigeräumt, denn das kommt gleich auf diese Seite des Wohnzimmers und diese Seite kommt dorthin, was ich euch gerade abgefilmt habe. Wir haben hier erstmal die ganzen Dekosachen und die Möbel, die aufgebaut werden müssen, auf dem Esstisch gelegt. Denn das Kallax kommt jetzt gleich hier hin, die Sachen kommen rüber und der Esstisch kommt schön an die Schräge. Dann wird hier der Gaming Schreibtisch sein und der Kamin kommt auch rüber. Das Kallax steht jetzt und jetzt kommt diese Wand hier hin, denn dahinter kommen schön LEDs und davor natürlich der Monitor. Da ist nur so ein Loch drin, weil da die Halterung vorher drin war. Wir haben uns doch dazu entschieden, diese Wand nicht an die Wand zu tun, denn wir haben einen beweglichen Schreibtisch von Flexi Scott. Ich zeige euch das mal kurz. Ich werde auf meinen Nagellack achten. Und wie man sehen kann, die LED-Lichter sind auch schon dran. Und ja, ich würde mal sagen, in Part 2 zeigen wir euch die andere Seite. Das war's. Vielen Dank.